Bei mir mit den Beziehungen haut es immer nicht so richtig hin. Meine letzte Freundin, die Beziehung ist gescheitert, als sie gesagt hat, Ingmar, sei immer ehrlich zu mir. Das machen Frauen. Die sagen zu einem, sei immer ehrlich zu mir und gehen danach mit dir ein Kleid kaufen. Das macht ihr. Und dann zieht ihr dieses Kleid an und fragt mich, Ingmar, macht mich das Kleid fett. Und da war ich ehrlich. Da habe ich zu ihr gesagt, das Kleid macht dich nicht fett. Vielen Dank.